Aber die Konditionen sind auch fast alles gut. Du bemüht euch, das wird dann wieder bei YouTube eingestellt, he? Die Elbische Fahrt kannst du auch bei YouTube angucken. Okay, das ist klar. Oh, nee! Prost, Kai! Prost! Wie war das hier? Wo ist es denn hier? Prost! Hättest du doch mitgenommen deinen Sohn, hätte er sich gefreut. Holger, warum bist du so weit weg? Holger, komm! Holger, Holger, Holger! Oh ja, da oben, die Uhrkirche! I'm walking! I'm walking! Ich bin in Ruhe mit meiner Sohn. Ja, das ist klar. Schauen wir mal! Eine Minute in der Stelle! Oh! Ich bin in der Reise. Oh! Oh! Aber ich bin in der Kommentare- Vielen Dank.